Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecrafts World 3 Ja, wieder mit dabei ist der... ...Jolt Baut gerade hier an seinem Hörnern Haus weiter Ja ja, richtig, komm Komm, sofort Einmal ist dabei der Schneemann Hallo Der Dominik wäre auch dabei, aber der ist gerade AFK Und so sieht's aus Genau So, wir wollen ja jetzt hier bauen Und Scholz, hab mir so'n Kopf gemacht Ich muss es doch zweigleisig machen Mhm, naja, alles Muss ich gucken, wie ich das am besten hinkriege Bisschen erklärende Ja, muss ich trotzdem erstmal gucken Ja Ja, da müssen jetzt nicht die Opa So Das heißt erstmal hier die Kiste Einmal da, da So 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 Genau Genau Jetzt müssen wir hier nach oben Irgendwie hilft man brauchst, oder was brauchst du dann schreien? Ahhhh Hast du gehört? Ja Hast du nicht gehört? Ahhhh Mal so Erstmal gucken, ob ich das hinbekomme Erstmal gucken, ob ich das hinbekomme Erstmal gucken, ob ich das hinbekomme Natürlich will das nicht so, wie ich es will Was weiß ich sonst Pich Warte auch sonst Einfach mal pisch Einfach mal pisch Ja 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 Warte ich mal ganz kurz, wenn du um ein Bett denn dann hier erstmal zu verloben gingen Ich hab grad kein Problem mehr. Kann ich probieren? Ich kann schnell pennen gehen, alles gut. Er ist doch da. Wer ist hier? Ich würd gleich vom Körper runtergehen, weil ich jetzt da nämlich noch was zu tun hab. Ja, alles gut. Aber kurz pennen gehen kann ich noch. Müsst du das so machen? Ja. Na gut, dann bin ich jetzt zuerst mal weg, ne? Jupp. Tschü tschü. Ciao. Am besten nicht, boah, ist nur eine Seite. So. Ich hab da aber keine Ahnung, wie ich das hier baue. Als jemand fragt. Das ist auch immer gut. Ja. Ich versuch's. Dann wäre ich halt was. Wenn das Zeug mal so will, wie ich es will. Warum? Aber wenn ich grad irgendwie auch so leicht am verzweifeln. Haha. Ja. Man verzweifelt mich auf jeden Fall hier. Sowieso ganz leicht. Genau. Nicht nur ganz leicht. Ich bin auch bei Zweifeln. Und so. Und so. Und so. Und so ein Zeug hat oder was genau. Ja, ich guck gerade hier wie es am dimmsten bauere alles. Aber das krieg ich schon irgendwie hin. So. Das sollte passen. Auf Fisch. Sollte. Sollte. So, die Rodung beginnt. Sollte ich sicher kaum weit hinter meinem. So. 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 Andere. So. So. Vielen Dank. So. Mann, ist klar. Arsch, der Nummer. Bei Sosa gehört mir nichts gemacht. Nein, aber es ist ein genug gemacht. In meinen Augen zumindest. Hm. Habgekocht. Ich weiß. Hat sogar gemundet. Geh. Oh. Federfallwege. Ganz stark nach Federfall. Ist er doch schon wieder gestorben, oder was? Nee, ja. Das fackt halt ab, ne? Wenn man so ein Leder entfalliert ist, wenn man so eine Tacke hier hat. Wenn ich halt der absolute Profi bin. Ja, also. Natürlich ist er so ein Profi. Naja. Er ist der absolute Profi. Wer will noch mal reden? Wer will reden? Dass er der absolute Profi ist. Ihr versteht kein Sankasmus. Du bist ja auch nicht mal ganz trost in der Birne. Ist doch schon so schlimm. Ja. Du siehst du. Ach so. So. Ich hab keinen Plan, was ich hier baue. Beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung, du. Beste Voraussetzung. Immer. So muss das, ne? Frei nach Schnauze. Frei nach Schnauze mit keiner Ahnung. Komplikation. Ach, Mann. Das ist ja dann egal. Naja. So egal ist es jetzt auch nicht. Hm. Außer, aber es funktioniert zum Schluss, ne? Ja. Hoffe ich zumindest. Man hofft es, oder? Ja, dann ist es egal, solange es funktioniert. Ja, ich hoffe es zumindest, dass es funktioniert. So wie ich es mir vorstelle. Ich nicht wissen. Ich nicht Profi. Wir haben da weit auch schlimmere Sachen schon gebaut. Ich weiß noch, was das scheiße ist. Ja, aber ich bin auch kein Profi. Ja, aber ich bin auch kein Profi. Ja, so. Also das, was ich im Singleplayer da gebaut habe, war jetzt nicht gut. Würde ich sagen. Schulz, du könntest mir mal einen Gefallen tun. Ja. Kommst du mal kurz her? Zähle. Komm mal. Ich hab nicht gesagt, dass du dann möglich schon reinkommst oder so. Die beiden Außenwände. Einmal nach ein Stück, einmal nach außen, einmal. Danke. Ja, was kannst du doch noch denn machen? Oder meinst du, oder meinst du jetzt? Oder meinst du jetzt einfach nur so hier? Kannst du auch so, aber eigentlich wollte ich, äh, eigentlich hätte ich gesagt, jetzt einfach bewusst, dass die Wand einst nach außen. Aber kannst du auch so. Das ist relativ. Ja, naja, nee, naja, dann lassen wir das Dach noch nicht machen. Na ja, mach ich. Ja, so. Ja, so. jetzt habe aus ich bezweifle es aber wir studieren und genau das was ich erwartet habe funktioniert nicht von anderen Seiten hast du gesagt auch ne? von anderen Seiten hast du gesagt auch oder? am besten ja wenn es einheitlich noch ein bisschen aussieht und? deine Blockierung? mh war gut aaaah zu wenig Schwung oh dann funktioniert das nie ne das kann ich nie machen soll ich gleich mal kommen und schauen? alles gut alles gut ich krieg doch schon irgendwann eine Nähe ich muss ne war jetzt eigentlich grad nur zu wenig Schwung für die Lore ah ihr bauts mit Lorn wie gehts he wieso kommst du damit dichter? ne mensch ich hab auch was gefunden was ich besser kann ja redstone redstone bin ich genauso scheiße naja redstone es geht eigentlich ich versuch's ich versuch's wenn es klappt wenn es klappt wenn es klappt wenn es klappt ja bei mir genauso wenn nicht dann versuche ich es irgendwie anders bis es klappt wenn man hört auf zu probieren ja man lässt es sein hehehe ah ne wenn wird ja richtig gemacht so immer noch zu wenig Schwung das Ding will mich doch verarschen ja wie du baust es mit Schwung ne es geht ein Stück nach oben aber noch zu wenig Schwung hier gut dann mach ich jetzt halt mehr mir auch egal ach ich geh jetzt mit Schwung zu bauen ach es ist eigentlich einfacher als man denkt übernehme ich den Sprung so aah hehehe ähm steh mal an ich glaub du bist gestorben hehehehehe ist aber nur so ne gescheine Vermutung hehehehehe hehehe ich hab nicht getroffen das muss ich dazu sagen Achtung unser Liebzeug bitte nicht aufsammeln sammelst du dich selber auf? yay es hat funktioniert schnoppeln oh bin ich drauf ah ich bin auf der Kiste drauf gelandet darum hat's nicht funktioniert ok hehehehehe ja gut ein Tuck mehr juhu aber irgendwie will das noch nicht so wie ich's will hm hm genau hm hmm oh mein Gott äh haha hehehe also soweit funktionieren ist erstmal wie ich's teilweise will aber nicht nicht ganz auch gut oder? yo ich hab mich grad nicht mehr sogar enmusto ich hab mich grad selber hat mich geholfen verstanden naja teilweise aber nicht ganz naja teilweise nicht anderes genau ja ich hab mich nicht mehr selber gerade verstanden ja Paris einfach nur mal wieder äh der Unterholen ist da sie hat mich gerade nicht mehr selber verstanden das muss man auch erst mal schaffen wenn man ganz normal so schnell schlafen gehen ich kann schnell ein Haus suchen mit einem Bett ja oder so geht hoch nein, ja, das geht warum will das nicht? nein, 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 nein ah, jetzt habe ich die Farbe gefunden ich suche die seit 4 Minuten warum will das nicht, wie ich es will? ich bin nicht so an, so gut, ich auch nicht das ist das große Problem ich kann es mir nicht mehr selber beantworten, warum soll ich gleich mal vorbeikommen? nee, alles gut ich kümmere mich hier irgendwas muss ich auch kennen alles klar, wenn ich ein Bett gefunden oh, liegt das an ihm ob er da drunter ist ich muss andere was ausprobieren okay, 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 okay ich muss auch mit dem ich vergesse wieder die Hälfte also Ich hab die Stängelbogen. Natürlich kann ich das nicht da drum platzieren. Doch mehr improvisieren. Ausprobieren. Auch nicht. Hab ich irgendwas falsch gebaut? Eigentlich ja nicht. Eigentlich, da geht's schon wieder los da. Ja, ja, ich weiß. Wenn die unsicher ist, da kommt immer nur EIGENTLICH. Ja, aber ich hab von dem her nichts falsch gebaut. Das ist es ja halt. Ich kann's dir wie gesagt nicht sagen. Wieso? Ich schwitze wie ein Tiger. Ich auch. Er tut das nicht. Ich weiß es nicht. Naja, während ich hier weiter verzweifle, würde ich sagen, in unserer Folge. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Obwohl nichts Gescheites gerade dabei rausgekommen ist. Ich gucke hier mal. Ja, ich gucke wirklich gleich noch nach, woran es hier liegt alles. Schaut doch gerne mal Mist mal wieder rein. Schaut auch gerne mal Instagram vorbei. Schaut auch gerne mal rein. Vielleicht hab ich's bis dahin fertig. Können wir's wenigstens zeigen. Wie das dein Produkt aussieht. Naja, in der nächsten Folge hätte ich ja auch gesagt, dass wir dann die Tiere dann holen werden. Genau. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. T Henning. Ich bin raus.